Drück von unten dagegen. Drück es hoch. Halt dich fest. Und weiter. Bleib, wo du bist. Das Fluss wurde von zwei großen Fässern über Wasser gehalten, die ich an beiden Seiten befestigt hatte. Hast du es? Wir sind fast da. Wir brauchen ein Seil. Schnell. Ich habe nicht gesehen, wie sich das Fass gelöst hat. Aber das würde schnell gehen, wenn jemand es aus Versehen oder absichtlich abmacht. Ich fürchte, jemand hat die Aktion sabotiert. Am wahrscheinlichsten war es Tony. Er war am dichtesten dran. Aber momentan verdächtige ich noch jeden, der das Fluss geschoben hat.